Herzlich Willkommen zurück Resident Evil 6 Let's Play Part 2 Das sind die Bienen Ja, das geht mir voll im Weg hier Ach, wir müssen das erst wegrüben, okay Genau Warte, ich komm Er scheinen reicht Auch, ja Na gut, das ist unser erstes Let's Play, ich denke, da werden unsere kleinen oder großen Fehler hier hoffentlich nicht ganz so mies bewertet Ich denke ja nicht Das wäre nett, ja So Ah, Kontrollpunkt Alles wird gut, Lissi, du Du kommst wieder in Ordnung Papa Hier sieht nicht gut aus Scheiße Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, da war die Auch nicht beißt das wenig Was? Das ist ne runde Kuscheln angesagt jetzt. Sie ist schon tot! Schießen Sie! Gott, kann dir leider auch nicht helfen. Hab ich doch! Was hast du getan? Ja, ich hab mich gerettet. Welche Ironie in dem Spiel. Und siehst du, der Typ ist weg. Ja, stimmt. Ach, der liegt da vor uns in dem Spiel? Gott. Boah, keine Munizier mehr. Mal den prügeln. Oh nein. Scheiße. Ach, scheiße. Oh Gott. Und das ist ganz auch normal, ey. Na gut, ist jetzt nicht halt zu schwer, aber... Ach was, das schaffen wir. Ja, denke ich auch. Zumindest mit den Zombies wird es keine Probleme geben. Ja. Sie haben völlig recht. Oh. Oh, jetzt klapp' ich mir nicht. Ich brauch' dich dran zu fragen, was ich gemacht. Jetzt klapp' ich mich hier mit dem Zombie, ey. Ich bin halb tot schon, weißt du. Ja, ich komm' noch. Oh. Auf zu heulen. Oh, da bin ich. Ich denk', was schreit denn noch? Ich glaub' ich auf den Zombie ein. Scheiße. Dann los. Leon, es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Wir wollen nichts tun. Sie haben recht. Na gut, jetzt können wir wirklich nichts mehr tun. Verspillten wir von Ihnen. Warum nur? Warum? Wir hätten wir retten können. Wir waren zu langsam. Los, komm, wir verpissen uns, bevor wir so eine Woche fressen, ey. Oh, oh, ja. Ey, ich hab' hier so'n, so'n, so'n. Hä? Ich hab' gerade gelesen, wenn sie einen Bloodshot ins Knie überschießen. Okay. Aber in die Knie zwingen, so, weiter am Text. Ich glaub', wir sind für das Spiel irgendwie zu lustig. Hm, ja, wir kennen das halt schon, und... Ja, aber trotzdem, guck mal, wo wir das erste Mal gespielt haben, wir müssen lachen. Ja, na, die beste Stelle kommt definitiv noch. Ja. Nebel. Hm. Da lang. Oh, und ich hab' keine Munition mehr. Ich hab' auch nicht. Ich hab' auch nicht. Hm, 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 hm. Kopf weggerutscht. So. Jetzt hiked Muni. Sie undm. Du musst dich halt fügen. Ich bin der Mann. Ja. Fähäin. operations Selbduch. Mal sehen. Nein, nein, runter. Irgendwie eine Pflanze. Ja, ich weiß, dass wir runter müssen, aber ich dachte, hier gab es noch eine Pflanze. Nein, ich glaube, das ist nur, wenn wir... Ich glaube, das war im anderen Raum. ...normal spielen. Oh, warte mal. Ich muss ein Heilzeug hier mal machen, so. Oh, keine Pillen. Ich habe nichts am Heilen. Ich habe das zusammengefügt jetzt. Ich habe ja nicht mehr Pillen, die ich hätte mir hinwerfen können. Schade. Aua. Ey, wollte ich hier retten, Alter, und die fällt um. Ach, die, Alter. Ja, komm, bring mir ein paar andere Formeln bei, oder so. Ich darf mich jetzt essen. Komm, stich schon auf. Ach, da war noch einer. Was sagt der Timer? Hier hinten ist die Pflanze. Äh, ja, das krieg ich ja nicht sagen. Dann. Ja, kurz vorher. Wegen. Weiß schon. Hm. Da habe ich mir am Anfang so erschrocken, wenn ich da rumgefallen bin. Aber jedes Mal. Obwohl, so, dann wird das gar nicht gespielt. Naja. Bei Resi 5 ist das noch. Wo er da nicht krabbelt kann. Ja. Da war da nicht auch immer der... Ach, da steht einer. Ähm. Oh nein. Ähm, der auch immer zur Seite gefallen ist, oder so? Ja, das ist der, wo ich mich erschrocken habe. Mhm. Ich habe ja auch... Oh, wieso sagt er mir gerne, dass ich eine Pumpgun habe hier? Kannst nur du wissen. Ich weiß. Drei Minuten noch. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ab hier eine Pause und wir sehen uns dann im nächsten Park. Ah, ok? Wir sehen uns dann.